herzlich willkommen hier bei der german comic con 2021 im dezember und hier ist we are ghostbusters germany und das hier ist unser ghostbusters stand und wir haben heute ein bisschen was größeres aufgebaut wie ihr sehen könnt so ein bisschen interaktiv und ja es geht jetzt los wir haben hier erstmal so einen kleinen foto point und hier geht es dann weiter unsere tür und unsere unser ruheraum wenn man burning hell dann geht es hier weiter zu janines büro janin melnitz ist hier ein paar zertifikate von den jungs schleimproben slimer eine karte wohin was führt wo wir waren eine uniform eine pin band und ja hier ist dann so ein bisschen janines büro die spinne sind natürlich auch am start nicht zu vergessen für den herrn hendricks das drei wetter tag ja hier sind die spinne hier oben wird so ein bisschen was gezeigt gerade läuft eine extreme ghostbusters folge das ist das intro und überall sind so kleine state kraft ja hier ist so ein bisschen laborexperimente hier steht der slime blower dann geht es weiter hier der verbannung container der auch funktionen hat da gehen wir später drauf ein dann hier auch noch so ein bisschen natürlich hier alles echt ist massiv ja und hallo jogi so und dann haben wir das ist die standsicherheit sondern haben wir hier noch so ein bisschen was so die paar props den banner mit allen deutschen fangruppen spengler kopf darf nicht fehlen herald ramus ja hier sind die ganzen props slime scoop bücher ja und so sieht es so aktuell aus ja es war es größer geworden sind aber sehr zufrieden damit wie es geworden ist ja vielen dank kommt zu jörn komiker und bis bald